herzlich willkommen wir haben es glaube ich ein bisschen ja wir haben es glaube ich geschafft also wir sind im letzten stockwerk wir haben es wirklich ich habe wirklich noch mal jetzt über eine stunde um gemacht aber es hat einfach geklappt was machen wir jetzt mark hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist korrekt und wir schaffen es eh wieder nicht pünktlich Aus dem Weg, aus dem Weg, los, weg Die kommen halt auch immer um die Ecke gedonnert Das ist halt auch so nervig, ne? Boah! Ja, aber hallo Du, nächsten links Wieder links Okay Die nächste wieder rechts Uh, jetzt hätten wir die jetzt fast wieder an der Backe gehabt, ne? Zehn Leute umgefahren Auch super Wir müssen hier irgendwo rechts, ne? Na dann hier Ja, vor allem die Jungs, ne? Greifen uns an Und uns den Reifen abgeschossen Die machen uns kalt Nimm's locker, Helmut Wir sind fast da Und, dass die Polizei gegen uns ist Wir werden doch aus dem Auto angeschossen, ne? Ja, zack, nehmen wir den Auf, Jasmine Gut Haben wir wenigstens mal ein schnelleres Auto Mit dem können wir jetzt auch wenigstens mal ein bisschen vorankommen Warum? Warum hast du es getan? Warum? Warum hast du es getan? An den nächsten wieder rechts Nichts Nächster links Und dann wieder links Halt dich, 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 H Jetzt haben wir uns die nächsten Reifen abgeschossen. Jetzt ist mal Ruhe. Vor allem, die greifen uns an und wir kriegen wieder Ärger, ne, das ist, ah, weg. Ja, wir müssen den Roten nehmen, wir uns. Der sieht schnell aus. Raus aus dem Auto. Der sieht schnell aus, schnell und wendig. Und sie haben mich gesehen. So, weg mit euch. Alle weg, alle weg, los. Alles ist so. Da kommt ja schon der nächste. Hey, was, was ein Rumgerangel und Rumgemache hier. So, los, 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 los. Wir müssen die nächste rechts. Ja, hier geht schon hin, ne? Ja, weg. Komm. Hauptsache erstmal weg. Ja, ist mir egal. Gut. Nächste rechts. Ja, ja, ja. Ja, doch. Ja, ja. Hier vielleicht. Ich brauche jetzt ein Auto. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Wir müssen mal rein. Hier. Also müssen wir doch hier hin da, oder? Hier hin, oder? Hier. Warum sagt er dann, hä, ich brauche ein Auto? Das ist jetzt nicht ganz verstanden. Hier, oder? Hier müssen wir lang. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus hier. Ist doch irgendwas mit einem Schiff gewesen, ne? Oder wird der schon geballert, ne? Kopf runter. Das hier ist ein Gemütze. Wir gehen unter dem Kreuzfeuer durch. Echt gehabt, ne? Das ist nicht schlecht. Hey, das ist nicht lange. Hey, das ist nicht lange. Hurry, was sollen wir machen? voll so in die Mitte rein einfach reingebasht so erhol dich erhol dich erhol dich mein Junge erhol dich so wird es nämlich sonst nichts komm schon gehen wir ja komm schon meine Fresse ey was eine Kacke hier wie ist das hier haben wir alle niedergeballert oder jawohl Chessmin jetzt warten Chessmin ist einfach schon weggerannt soll es aber recht sein oh man 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 ist glaube ich die letzte Mission besser doch ich muss ihn mir schnappen bevor es jemand anders tut ich werde jetzt Alex wir kriegen ja eh nichts jetzt also erst mal hoch hier außen erst mal hin hier hoch gut hier ist keiner hier oben andere Seite vielleicht ist auch keiner also müssen wir runter okay gehen wir runter habe ich kein Problem mit gehen wir runter auf dem ganzen Schiff keiner mehr merkwürdig ja da bin ich auf ja eine Wand lehnen wieder nichts überstürzen lieber lieber bis low machen boah was die sind wir bei den Schuss gerannt geil nice geiles ding hier hinten ist keiner mehr ne nochmal schnell lieber nochmal einmal kurz eine Sekunde bevor wir hier sterben wer ist charlie das geht und das gut or und jetzt machen wir jemanden freien schuss guck mal wie schwamm ich das ist ganze arbeit umsonst jawohl wasser eck was eine ecke dahinten gut jetzt haben wir da erstmal bereinigt ja ich bin echt nicht also ich bin froh dass jess mit uns nicht auf den sack geht ja jetzt einer kommt sehen wir den wenn du ruhig machen gefährlich wir gehen mal hier hoch einfach und dann wieder runter diese fässer wirklich saug gefährlich hier mit diesen fack fässern hier ist nichts vielleicht mal ganz kurz noch mal anlehnen hier muss er nicht gehen wir in die mitte rein sehr schön sehr schön das war so richtig schön einfach unsere ruhe sie war zu gut für dich so so ja komm ok ok komm so kurz mal hier ausruhen und ruhe dich jetzt an der tür aus man müssen wir wieder runter ok also müssen wir hier runter hier können wir nicht lang ja auch nicht ok hier 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 ich will schon gehen wir hier mal runter komm vielleicht war das auch wirklich der weg wir müssen den von hier hinten ein bisschen abschroden da würde ich aber sagen machen wir das in der nächsten folge bis dahin